sie ich nie und um ja erwacht es eigentlich schon Koffer für mann zurück befahren uns die Strecke Ungarn und ich finde das eigentlich ganz geile um kann man so sagen wir gehen direkt rein und also ich mag es eigentlich ganz so genau genau so 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 KM starten direkt rein zu leiser noch so jetzt heute mir verarschen oder auch Schleißen stückchen auch so so das zu laut dann Ja, also nehmen wir jetzt erstmal kurz zu. Fried jetzt halt bei mir nur ein bisschen, aber egal, ne? Okay, welcher Platz wollen wir jetzt noch? 4, okay, gut, ist, ist ganz okay. So, ich hab das eine angenehme Lautstärke. Mit dem Ende des Qualifyings werfen wir einen Blick auf unsere Top 3. Bottas, Hamilton und Max Verstappen. Damit ist das Qualifying beendet, aber seien Sie unbesorgt. Wir sind schon morgen zurück mit dem eigentlich nicht großen Preis. Okay, weiter. Weiter, weiter, weiter. Sie sind zufrieden mit Ihrer Startposition zum Rennen morgen? Ähm, nur eigentlich schon. Das Team spielt eine größere Rolle, ich frage nur das Auto. Ja. Derzeit wird viel über dieses Team geredet. Was denken Sie darüber? Nein. Sie haben nicht die Zeit der Training verbracht. Genau, wir kennen diese Strecke und der Wagen ist großartig. Danke für den Kommentar. Ja, schön, ne? Schön, schön, schön. Gut, Bottas hat wieder mehr Punkte als ich bekommen, aber egal. Ich bin jetzt immer noch Level 9 und ähm, ja. gut. Gut gemacht, eine solide Leistung. Im Rennen bitte gerne mehr davon. Gut, ähm, 18 Runden, ne? Geh mal weiter. Und, äh, ja. 18 Runden, ne? 18 Runden, ne? Ich glaube, die Strecke ist nicht so lang. oder schnell, R gesagt. Das ist das Gute daran. Es ist Rennstag in Budapest und wir machen uns bereit für eine weitere Ladung Formel 1 Action. Es wird sehr wahrscheinlich nicht viele Fahrer geben, die hier ausscheiden, denn die Strecke ist bekannt dafür. Es ist an der Zeit eine... Okay, let's go. Wir haben einen Punkt gesammelt. Bleib dran und arbeite auf einem... Wir haben einen Punkt gesammelt. Bleib dran und arbeite auf einem... Ich dachte, das erste. Wir machen uns bereit für die Warte möglich. Wir kommen aber nicht an Hemel dran. Ich kann jetzt so gleich nicht stellen. Hier kommt hier eine Kurve, da würde ich es lieber nicht... Ähm, wir sind ein bisschen weit rausgekommen. Ich bin jetzt auf die schnelle Doraden. Ich bin jetzt auf die schnelle Doraden. Ich bin jetzt auf die schnelle Doraden. Wir sind nach Runde 1 noch auf derselben Position. Nicht großartig, aber auch nicht schlecht. Bleib konzentriert. Und dann... Ja! Ich bin jetzt auf der dritte Angeleger. Warte! Ja! Okay. Das ist 30, das sind die Rundezeiten, das ist schon lange, obwohl ich sie ja jetzt nicht ganz als Anfang starten, man muss sie gleich stehen, 1,20, so. Ach. Blö. Warte mal kurz, walz. Nächter. Ehh. Noch kurz was tun. Da wird es eins, vier und zweite. Wir erwarten an etwa 10 bis 15 Minuten Regen. Was ist denn ziemlich lustig? Was hält das zwiertes? Warte, ist blöd. Warte, 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 warte. Warte, 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 warte. das machen wir wieder holen wir nicht abkommen Ich habe nichts zu sehen. So. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? ja ja So. Er hat ihren Platz. Er hat einen Platz. Er hat einen Platz. Er hat einen Platz. Jetzt kann ich sein, zu diesem Reifen, in das Reifen, auf dieser Zwischung zu Ende fahren. Also kommt wieder ein Laktiv hier rein. Hier. Das hier geht auch nicht in der Fatsache. Sebastian ist in der Wachstum. Okay. Der Steine fühlt sich an. Sch發現 wir, unsere Bestung darüber nach oben und an der Hmmm? Hier, hier, hier.